Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. Ja und Ski schreibt mich die ganze... jetzt mittlerweile schon an, ich soll zu ihr kommen. Warum wollt ihr nicht mit mir sprechen? Ihr seid doch nicht etwa wütend auf mich, oder? Ah, hi Ski. Erinnert ihr euch an mich? Wenn nur, ja sicherlich tut ihr das. Natürlich Ski, aber warum seid ihr hier? Soweit ich mich erinnere, wurde dir entführt, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich fürchte, nein, kennen wir uns? Ihr seid schwer zu vergessen, Ski Silberschild, aber ich versuche es. Nehmen wir mal die Eis. Ich war damals nur ein Kind, jetzt bin ich eine Frau, ich bin sogar beigetreten. Naja, egal, das sage ich euch später, wenn ich sicher bin, dass wir alleine sind. Ich habe gehört, wie ihr mit Papa und den anderen Herzigen über Kalar geredet habt. Geht ihr nach Brachenspear? Die strahlende Dame und ich haben etwas zu klären. Warum nicht? Die Schwertküste ist zu dieser Jahreszeit wunderschön. Das geht euch nichts an. Ja, die strahlende Dame und ich haben etwas zu klären. Papa hat euch nicht alles erzählt. Hat er erwähnt, dass er glaubt, Kalar könnte eine von Bals Kindern sein? Ja, hatte ich auch nicht erwartet. Wir können hier nicht reden, ich erzähle euch später mehr. Ski, ich kann nur warten, bis Ski unter vier Augen mit mir spricht. Was ist mit dir? Es ist ein schlimmes Geschäft. Alles in allem ein schreckliches Geschäft. Guten Tag, ein schreckliches Geschäft? Was ist... Ich bin zu deprimiert, um zu reden. Gib mir einen Moment, bitte. Ich muss meine Gedanken ordnen. Ich sollte versuchen, Jospil aufzumuntern. Guten Tag. Ist es trotzdem ein guter Tag? Die Berichte kommen nun schnittlich herein. Die Welt ist ein Desaster. Häuser stehen in Flammen, Flüchtlinge füllen Baldur's Tor und nur die Götter wissen, wie viele weitere noch auf dem Weg sind. Wessenhäuser brennen. Kalar, Agit und die wahnsinniger Kreuzzug natürlich. Wie nennt man sie? Ja, richtig. Die strahlende Dame. Was glaubt ihr, hofft Kalar mit diesem Kreuzzug zu erreichen? Niemand scheint das letzten... ...das letztendliche Ziel zu kennen. Aber was es auch sein mag, es muss viele Leute auch fordern. Kalar hat eine Armee, die über die Schwellküste marschiert und sie wächst. Sie behauptet, ihre Anhänger würden vor den Göttern vor allem geschützt werden, die sie herausfordern. Das nenne ich Wahnsinn. Erzähl mir mehr von dieser Kehler. Sie ist ein Agent, eine Familie, die bekannt für ihre Dienste für Laphander, dem Morgenfürsten ist. Die meisten ihrer Vorfahren waren Paladin im Orden der Aster. Manche sagen, dass anlige Blut in den Adern fließen würde. Sie hat ihre Anhänger davon überzeugt, dass sie jede Herausforderung meistern und erfolgreich sein werden. Erinnere mich dabei, wo es bei dem Kreuzzug geht. Die Mann scheint das letztendliche Ziel zu kennen. Aber was es auch sein mag, es muss viele Leute erfordern. Kalar hat eine Armee, die über die Schwellküste marschiert und sie wächst. Sie behauptet, ihre Anhänger würden vor den Göttern vor allem geschützt werden, die sie herausfordern. Das nenne ich Wahnsinn. Ja, ich möchte auch was anderes fragen. Jeden Tag höre ich mehr Gerede über den Kreuzzug. Jemand muss diesen Halunken das Handwerk legen. Entweder Tiefers oder Baldos Tor. Mir wird schlecht davon, was sie getan haben. Wer weiß Kehler etwas, das uns nicht bekannt ist? Wer sagt denn, dass der Kreuzzug nicht auch etwas Gutes für die Welt tun kann? Die Meinung von jemandem mit einer festen Absicht zu ändern ist nicht einfach. Aber ich habe vor, so viele Seelen zu retten, wie ich kann. Das sind bestenfalls Phamatiker, im schlimmsten Fall nach. Wir müssen den Kreuzzug zerschmettern, bevor mehr Leute sterben. Ja, man muss sie bekehren für ihr eigenes Wohl. Sie marschieren ihrem eigenen Untergang entgegen. Was kann ich euch erzählen? Wieso gibt es so viele Flüchtlinge? Die Kreuzzug richten viel Schaden an in den Siedlungen im Norden. Was für eine Art von Schaden. Auf dem Marsch nach Süden verlangen sie Essen, Waffen und andere Vorräte von Siedlungen auf dem Weg. Wer nichts freiwillig gibt, wird vom Kreuzzug gezwungen. Welche Siedlungen haben die Kreuzrette im Visier? Bauernhöfe, Dörfer, selbst kleine Städte. Diejenigen, die sich wehren, werden herausgedrängt, aber der Kreuzzug exkultiert so viele, wie vertrieben werden. Sogar mehr. Veteranen, die vor zehn Jahren Burg Drachenspeer ausgeräumt haben, als Teufel über das ganze Land heraus geströmt sind, möchten unbedingt eine neue Herausforderung finden. Und diejenigen, die der Eisenkrise zum Opfer gefallen sind, suchen verzweifelt nach Hoffnung. Der Kreuzzug wird jeden Tag größer. Ja, ich habe andere Fragen. Ich habe Brüder im Norden, die dank des Kreuzzugs alles vermisst gelten. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken und frage mich, was mit ihnen passiert ist oder was mit ihnen passiert. Darüber grübeln, hält euch davon ab, hier zur Tat zu schreiten. Er zieht sie, indem ihr nicht der Verzweiflung verfallt. Viele Balladen wurden von denjenigen komponiert, die von Familie und Freunden in Kriegszeiten getrennt wurden. Ich singe eine für euch. Ja, das klingt nach badischem. Und wir sind ja von allem voraus ein Bader, auch wenn wir ein neutraler Böser Bader sind. Ich tue, was in meiner Macht steht, um diesen Kreuzzug zu beenden. Ihr und eure Brüder findet wieder zueinander, wenn sie noch leben. Besser erlebt an, dass sie tot sind. Falsche Hoffnung erzeugt nur Schwäche. Gehen wir mal an. Dadurch fühle ich mich tatsächlich besser. Vielleicht werde ich meine Brüder wiedersehen. Was kann ich euch noch erzählen? Ihr sprach von Berichten. Woher stammen sie? Aus dem Norden. Kehrs Kreuzzug hat bereits Burg Drachensperr eingenommen. Auch Brückenfort wird bald fallen, wenn es nicht bereits geschehen ist. Burg Drachensperr? Der Abenteurer Deros Drachensperr hat eine Brücke am Rande des Hochmoos erbaut. Auf halbem Weg zwischen Baldos Tod Tiefwasser. Er ist vor vielen Jahren gestorben. Sie war jahrelang eine Ruine. Nur Monster und Banditen näherten sich ihr. Bis der Kreuzzug sie zur Basis auserkoren hat. Ihr sprach von einem Ort namens Brückenfuhr? Jawohl, das ist die Siedlung nahe der Eberfellbrücke. Während der Zeit der Sorgen haben sich dort die Sirik und die Baal bekämpft. Das Wasser westlich vom Brückenfort ist verpestet. Kann seitdem nicht getrunken werden. Ich würde gerne was anderes fragen. Wir reden. Das ist alles, was wir können. Oder können den Marsch des Kreuzzugs nicht aufhalten? Können sie nicht davon abhalten, die Eberfellbrücke einzunehmen? Wir sind hilflos. Die Herzöge rufen die Besten und Stärken des Landes ein. Wir werden den Kreuzzug beeinteln. Es mag im Moment so erscheinen. Ich hoffe immer noch, dass sich die Lage zu unseren Gunsten wendet. Dann nehmen wir das Erste. Recht habt ihr recht. Möglicherweise können wir die Dinge ändern. Gibt es noch etwas, was ich euch sagen kann? Wer ist verantwortlich? Ja, das hatten wir schon mal. Ihr müsst jetzt gehen, lebt wohl. Nun fühle ich mich jetzt etwas besser. Dafür bin ich dankbar. Nehmt meinen Stab. Vielleicht wird er euch helfen. 250 Erfahrungspunkte und Brevins Kampfstab. Gut. Kann ich hier einfach was rausnehmen? Ja, tatsächlich. Wer hätte es voll? Kann sie mir noch was sagen? Hallo, ich bin glücklich, dass es euch gut geht. So gut es euch dem Ziel ist, möchte ich mir, dass ich im Gegenkang, Großherzogin Gannata. Um mich, dass es euch gut geht. Sagt mir, wie geht es, Imuin? Ich wünsche, wir hätten Zeit für ein Gespräch, aber ich muss Wartner sein. Wie geht es, Imuin? Die Waffen der Einringer waren vergiftet, doch Timura war uns wohlgesund. Das Gift war schwach und nur für die Schwächsten der Opfer tödlich. Imuin's Herz kam mehr als das ertragen. Es ist besorgt, dass sich der Palast so einfach infiltrieren ließ und dass Kelas Arm weit über Windlauf hinaus bis hierhin reicht. Was wissen wir über ihr Plänen? Ich habe in letzter Zeit mir über Kelan nachgedacht, als mir lieb ist. Wie läuft die Imuin ins magische Ausbildung? Als sie mich angegriffen hat, hat sie sich übernommen. Ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Ich habe eine lange Reise vor mir. Fragen wir mal nach Imuin ins Ausbildungshaus. Sie ist eine aufmerksame Schülerin, aber Magia fordert eine mentale und emotionale Klarheit, mit der sie Schwierigkeiten hat. Das ist aber nicht wirklich ungewöhnlich für so junge Leute. Ich bin mir aber sicher, dass sie früh genug in der Lage sein wird, auf das Gewebe zuzugreifen und auch die Macht zu benutzen. Sie muss aber Geduld zeigen und alle Versinn des Handwerks lernen. Die Konsequenzen können sonst katastrophal sein. Ihr denkt also nicht, dass ich sie nach Drachensperren mitnehmen sollte. Sie wird euch begleiten, wenn sie das will. Ihr kennt sie gut genug, um zu wissen, dass man sie nicht von einer getroffenen Entscheidung abbringen kann. Aber sie ist nicht ansatzweise bereit, Magie zu wirken. Ey, selbst ich kann Magie wirken und ich bin ein Barde. Ihre anderen Fähigkeiten können sich zwar als nützlich für euch erweisen, dies ist aber ein kritischer Zeitpunkt in ihrer Ausbildung. Ihre bisherigen Instinkte ziehen sie in eine Richtung, ihr Studium der Magie in eine andere. Bis dieser Konflikt gelöst ist, werden ihre magischen Talente schwach sein und ihre anderen Fähigkeiten leider auch. Deswegen hat sie gezögert, dabei zu helfen, Sarivox Schergen aufzuspüren. Sie ist derzeit also weder als Diebe noch als Magierin zu gebrauchen. Bei den neuen Höllen, sie war bereits zuvor eine lausige Taschendiebe und jetzt kann sie noch nicht einmal mehr nass. Vielen Dank für euren Rat, ich muss mich jetzt verabschieden. Nehmen wir das Erste. Ihr seid ihr wichtig, Benoia. Sie will euch nicht zur Last fallen, aber bis sie sich vollständig erholt hat und ihre Ausbildung abgeschlossen ist, wäre sie eben das, eine Last. Es freut mich, dass wir vor eurer Abreise noch reden konnten. Ich muss jetzt aber gehen, es gibt viele, die mich um etwas Zeit bitten. Wenn ich nicht mit ihnen spreche, werden sie nur noch zahlreich. Er liegt wohl. Okay. Hier füllen wir ein paar Visionstrange und Strag der Stärke nach. Die können wir mal da liegen lassen. Geschichten von Tiefwasser, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Das sind nur Diener hier. Dieses Klavier ist gestimmt. Und seine Tasten bringen klare, schöne Töne hervor. Hallo, Enter. Ah, yes. What does the hero of Baldur's get in need of me? Ah, Herr Brenoia, was möchte der Held von Baldur's Tor von mir? Wie geht es euch, Sir und Ski? Wie man hört, vermutet ihr, dass Kehla Arjun ein Kind von Baldur ist? Ich wüsste gerne, was ihr von den Geschehnissen der Stadt haltet. 100.000 Goldmünzen und ein Teleportationszahm, der weit weg von Kehla's Kreuzzug entfernt ist. Wenn das nicht geht, könnt ihr mir auch verraten, was ihr über den Kreuzzug und seine Herrin wisst. Sind wir mal so schnippisch mit Galgenhumor? Absolut gar nichts Herzogenther. Wenn sich da etwas daran ändert, melde ich mich. Nehmen wir mal das an. Gott, ist das ein harter Akzent, ey. Ich habe diverse Berichte, Gerüchte und Spekulationen. Das heißt, dass der Kreuzzug von Hochmoor bis zum Windlauf herrscht. Das Hochmoor und der Nebenwald gehören Kehla, die Schlangenhügel und ein Großteil des Trollrindenwaldes auch. Die Trollhügel gehören ihr auch weitestgehend, aber selbst sie hält sich von der Krypta des Hexers fern, zumindest bisher. Nach ihrem Angriff auf euch halte ich sie für mutig, aber auch rücksichtslos, bereit alles zu tun, um ihre Ziele zu erreichen, was sie auch sein mögen. Aber jetzt müsst ihr mich einmal entschuldigen. Der Rat muss sich um die Stadt kümmern und ihr euch um Kehla. Möge Timora eure Reisen segnen. Ja, was ist der Heroin? Für jetzt müssen wir unsere Reise beurteilen. Timora muss euch in ihren Reisen beurteilen. Oh, sogar Corwin steht hier rum. Baldurs Tor wartet auf euch, Benoir. Achso, das war die... Sollte ich die nicht draußen treffen? Also das ist die Wachhauptfrau, die mir helfen soll. Anscheinend erwarten mich auch einige meiner... Einige ehemalige Gefährten. Ich möchte mein Gold haben, bevor wir gehen. Und ich freue mich darauf, nochmal die Straße zu begehen. Das kann noch eine Weile länger warten. Ich bin bereit, sofort nach Norden aufzubrechen. Warten wir nicht länger. Warten wir nicht mehr.